Laura? Hallo? Hi Anna! Huhu! Kannst du uns sehen? Hey Simon! Ja, ich sehe euch! Super! Und? Wie ist es in Köln? Gefällt es dir? Naja, eigentlich ist die Stadt ganz schön. Aber ihr seid nicht da. Und München ist so weit weg. Du fehlst uns auch, Anna. Echt? Na klar! Ja, was denkst du denn? Aber jetzt erzähl doch mal. Was hast du denn schon von Köln gesehen? Am Sonntag sind wir ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen. Wir haben den Dom angeschaut und sind auch am Rhein gewesen. Köln ist schon schön, aber ihr seid eben nicht da. Ja, und du bist nicht hier. Wie ist denn deine neue Schule? Hm, geht so. Die Schule ist ziemlich groß. Und die anderen Schüler in deiner Klasse? Sind sie nett? Ach ja, ich weiß nicht. Sie sind ganz okay. Aber ich habe ja noch nicht so viele kennengelernt. Nur Tim und Fabio. Und die sind nett, oder wie? Ja doch, die zwei sind ganz nett. Besonders Fabio. Aber er spricht manchmal ein bisschen komisch. Warum spricht Fabio komisch? Wie spricht er denn? Naja, hier in Köln sprechen die Leute irgendwie anders. Fabio hat mich zum Beispiel gestern gefragt. Magst du Kuche? Kuche? Was heißt das denn? Kuche heißt Kuchen. Das ist ja lustig. Ja, echt komisch. Wie sind denn eure Lehrer? Mhm. Unsere Mathelehrerin ist sehr jung und oft total nervös und stressig. Und unser Englischlehrer ist sehr streng. Wir bekommen immer ganz viele Hausaufgaben. Ach du Arme. Und eure Wohnung? Habt ihr schon alles ausgepackt? Mein Zimmer ist okay. Aber unsere Küche ist noch nicht ganz fertig. Und unser Wohnzimmer ist auch noch ziemlich chaotisch. Eure Küche ist noch nicht fertig? Könnt ihr denn da schon kochen? Ach ja, das geht schon. Man muss nur ein bisschen suchen. Fleischerei Niedecken. Oh, hab ich einen Hunger. Grüß Gott. Äh, hallo. Guten Tag. Was da wird denn sein? Ich möchte bitte zwei Fleischpflanzer. Wie bitte? Was möchtest du? Na, die Fleischpflanzer da. Bei den Würstchen. Ach so. Du meinst die Frikadellen. In Köln heißt das Frikadellen. Möchtest du sie kalt oder warm? Warm bitte. Hier bitte. Das macht zwei Euro zwanzig. Danke und guten Appetit. Vielen Dank. Guten Tag. Ich möchte bitte ein Weißbrot. Gern. Darf es noch etwas sein? Ja, wir sammeln bitte. Sammeln? Ah, du kommst aus Bayern, stimmt's? Ja, aus München. Da war ich letztes Jahr, zum Oktoberfest. Das war toll. Also bei uns in Köln heißen die Semmeln Brötchen. Okay, dann möchte ich bitte vier Brötchen. Gern. Ein Weißbrot, vier Brötchen, das macht zusammen drei Euro vierzig. Danke. Und schönen Tag noch. Danke. Köln Radio 107. Und hier ist wieder, wie jeden Freitag um fünf, Titus Troll mit seinen Tipps für euer Wochenende. Hey, pssst. Seid doch mal leise. Jetzt kommen die Tipps fürs Wochenende. Am Samstag von 9 bis 14 Uhr ist wieder Altstadt Flohmarkt in der Fußgängerzone. U-Bahn Neumarkt. Ihr könnt mitmachen und selbst Sachen verkaufen. Bücher, CDs, Spiele, Fahrräder, Sporttaschen. Alles, was ihr nicht mehr braucht. Informationen unter Telefon 955 64 54 44. Oder habt ihr Lust auf Sport? Samstag 14 bis 18 Uhr in der Sporthalle Köln-Kalk. Training in Einrad- und Fahrradtrial. Ihr könnt dort ein Probetraining machen. Gratis. Die Fahrräder bekommt ihr in der Sporthalle. Zwei Kinotipps habe ich noch für euch. Einmal Kinder aus Köln. Ein Jugendfilm. Am Samstag um 15.30 Uhr und um 17.45 Uhr im Cinedom. Oder am Sonntag um 17.30 Uhr im Odeon. Kommissar Knauf räumt auf. Eine Krimi-Komödie. Mit Daniel Brenner und Yvonne Koch. Achtung, lustig. Und was noch? Ah ja. Die Theatergruppe im Jugendclub von Dell spielt nichts, nada, niente. Am Sonntag um 17 Uhr im Jugendclub an der Vondelstraße 10. Die Karten kosten 5 Euro. Kartentelefon 88 87 77 11. Außerdem nicht vergessen Straßenfest in der Wehnloher Straße. Samstag und Sonntag für jung und alt, groß und klein. Mit der Gruppe Pasta. Musik und eine Supershow. Da müsst ihr hin. Und das Top-Event am Sonntag ab 13 Uhr im Jugendzentrum an der Zoobrücke, das Festival der Kölner Schülerbands. Hier könnt ihr richtig gute Rockmusik aus Köln hören und im Garten chillen. Das ist doch was, oder? Cool. Fahrradtrial. Das finde ich super. Ja, das macht sicher Spaß. Und was ist mit dem Theater im Jugendclub? Wisst ihr was? Wir machen einfach alles. Und auf den Flohmarkt und das Straßenfest gehen wir auch noch, okay? Boah, hier ist ja total viel los. So viele Leute. Das ist hier immer so. Wir Kölner feiern eben gern. Und? Was machen wir jetzt? Ah, hier ist ein Programm. Guck mal, Anna. 17.15 Uhr. Zumba mit Ben Becks. Wollen wir da mitmachen? Komm, wir gehen ein bisschen tanzen. Hast du Lust? Na gut, okay. Aber können wir vorher noch etwas essen? Ich habe Hunger. Du nicht, Luisa? Doch, ein bisschen schon. Und was essen wir? Bratwurst oder Hähnchen? Hähnchen schmeckt mir nicht. Dann lieber eine Bratwurst. Ja, okay. Möchtest du auch Pommes? Nein. Guten Tag. Zweimal Bratwurst bitte und eine Portion Pommes. Kommst du fort? Möchtet ihr auch Ketchup? Nein, danke. Ich auch nicht. Danke. Hm, die Pommes sind lecker. Willst du mal probieren? Ja, gern. Hm. Und? Gehen wir jetzt mal in das Zelt? Es ist fast fünf Uhr. Der Zumba-Kuss fängt gleich an. Ja, klar. Hey, Anna. Moment, warte mal. Siehst du den Jungen da? Den kenne ich. Das ist doch Philipp, mein Nachbar. Bist du sicher? Klar. Psst. Nichts sagen. Hi. Na, rate mal. Wer bin ich? Äh, keine Ahnung. Kenne ich dich? Oh, äh, Entschuldigung. Ich wollte, äh, ich habe, äh… Kein Problem. Ich bin Niklas. Und ihr? Gehen wir zum Straßenfest? Keine Lust. Ich will nicht zum Straßenfest gehen. Nun komm schon. Ich will aber nicht zum Straßenfest gehen. Okay. Dann frage ich eben, Tim. Ist das kalt. Was machen wir denn jetzt? Hm, keine Ahnung. Hast du Durst? Nein, ich habe keinen Durst. Dann gehen wir jetzt zum Zumba? Für mich keinen Zumba, bitte. Ich will nicht mehr tanzen. Ich bin ganz nass und es ist so kalt. Hm, da möchtest du auch nicht Autoscooter fahren, richtig? Richtig. Das möchte ich auch nicht. Das macht jetzt keinen Spaß, finde ich. Was möchtest du denn? Hm, wir können zu mir gehen. Ich kann dir Fotos aus München zeigen. Vom Oktoberfest. Magst du? Ja, das finde ich super. Und, Anna? Ja? Können wir bei dir einen Tee machen? Na klar. Also los. Schnell zur U-Bahn. Ihhh. Hier ist Anja Feldbusch von Radio Köln 2000 mit der Sendung Im Interview. Heute mit Fabio Schmidt. Hallo, Fabio. Hallo. 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 Wie alt bist du, Fabio? 13. Fabio ist also 13 und liebt Fußball. Aber Fabio spielt nicht nur selbst mit seinen Freunden. Er trainiert auch eine Mannschaft. Und zwar? Den FC Regenbogen aus Köln-Kalk. Ich trainiere die U11, arbeite also mit Jungen unter 11 Jahren. Sie sind alle 9 oder 10 Jahre alt. Der FC Regenbogen ist eine Mannschaft mit einer Besonderheit, nicht? Woher kommen denn die Kinder? Sie leben alle in Köln, aber ihre Familien kommen aus verschiedenen Ländern. Eine ganz bunte Mischung. Achmeds Vater zum Beispiel ist Marokkaner und Davids Mutter kommt aus Spanien. Und die Eltern von Alex, das ist unser Kapitän, sind aus Russland. Dann gibt es also viele Sprachen in deiner Mannschaft. Ja, das ist toll. Und alle sprechen super Deutsch. Das ist beim Training überhaupt kein Problem. Und wie lange machst du das schon, die Mannschaft trainieren? Fast acht Monate. Und warum machst du es? Es macht mir einfach Spaß. Ich arbeite total gern mit den Jungen. Wir sind ein super Team. Einer hilft dem anderen, das ist wirklich toll. Wie viele Kinder hast du in der Gruppe? Im Moment zwölf, aber es sind nicht immer alle da. Wir spielen nicht nur Fußball zusammen, wir organisieren auch Feste und Ausflüge. Gehen zusammen zum Karneval, so etwas. Und manchmal sprechen wir auch über Probleme. Musst du auch manchmal mit deinen Kickern schimpfen? Naja, manchmal schon, wenn sie Quatsch machen oder wenn sie sich streiten. Ha, dann bist du ja nicht nur Trainer für die Kids. Na ja, oft bin ich auch wie ein großer Bruder für die Jungs. Und hast du nie Probleme in der Schule? Ich meine, du bist ja viele Stunden mit den Jungen zusammen. Probleme nicht, aber ich bin auch kein sehr guter Schüler. Naja, ich muss keine super tollen Noten haben. Außer in Sport. Ich möchte mit den Kids Fußball spielen und ein paar Spiele mit ihnen gewinnen. Na dann, viel Erfolg und viel Spaß zusammen. Danke, dass du hier warst, Fabio. Mach's gut und viele Grüße an deine Mannschaft. Danke, tschüss. Ja, hallo? Hi, Fabio. Anna, hi. Na, wie geht's? Ach ja, ganz gut. Ich habe gerade etwas über Liebesschlösser gelesen. Und dass es auf der Hohenzollernbrücke so viele gibt? Das stimmt. Ich will zu Fuß hingehen, aber ich glaube, ich finde den Weg nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Irgendwo im Zentrum. Die Straße hier heißt, warte mal, Hühnergasse. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Bis zur Hohenzollernbrücke ist es nicht weit. Aber wie muss ich denn jetzt gehen? Also pass auf, du gehst die Hühnergasse bis zum Ende und an der Ecke nach links. An der nächsten Kreuzung gehst du dann nach rechts. Okay, also zuerst nach links, dann nach rechts. Du bist dann in der Lindgasse. Dann gehst du einfach immer geradeaus bis zum Fischmarkt. Und dann nach links. In der Nähe ist eine Kirche. Fischmarkt. Kirche. Boah, das ist aber kompliziert. Kompliziert? Ach, weißt du was? Du holst dir jetzt ein Eis, gehst die Hühnergasse bis zum Ende und wartest da auf mich. Bin in 10 Minuten bei dir. Und dann gehen wir zusammen zur Hohenzollernbrücke. Wirklich? Hast du Zeit? Ja, ich bin gleich da. Okay, ich warte. Bis gleich. Ja, bis gleich. Sag mal, wollt ihr jetzt wirklich Hausaufgaben machen? Wir können doch noch kurz in den Park gehen. Oder ein bisschen am Computer spielen. Oder… Fabio, ihr habt gesagt, wir machen zusammen Hausaufgaben. Und ihr helft mir in Mathe. Ich bin echt schlecht in Mathe. Klar, das haben wir versprochen. Stimmt's, Fabio? Also, was haben wir denn auf? Also, in Deutsch… Frau Homburg hat gesagt, wir sollen den Aufsatz vorbereiten. Was ist nochmal das Thema? Handyverbot in der Schule. Wir sollen Argumente dafür und dagegen finden. Aha, und was haben wir sonst noch auf? Mathe, wir sollen die Aufgaben 5 und 6 auf Seite 37 machen. Das sieht ziemlich schwierig aus. Hoffentlich versteht ihr das. Kein Problem für Tim, unser kleines Mathe-Genie. Er findet immer die richtige Lösung. Er hat nur super Noten in Mathe. Stimmt doch, Tim, oder? Hm, naja, also… Ich mag Mathe eben. Das war schon immer mein Lieblingsfach. Und was ist mit Englisch und Chemie? In Englisch sollen wir die Fehler korrigieren und das Diktat üben. Und in Chemie die Formeln lernen. Aber das machen wir nicht alles heute Nachmittag, oder? Deutsch und Mathe, das ist wahrscheinlich genug. Ja, finde ich auch. Gut, dann fangen wir mit Mathe an. Einverstanden, Tim? Okay, was hast du denn nicht verstanden, Anna? Hier, schau. Ich verstehe schon die Frage nicht. Kannst du mir das erklären? Hm, ja, das ist eigentlich nicht schwer. Ihr könnt schon mal anfangen. Ich hole uns mal Saft und ein paar Chips. Ihr mögt doch Chips. Fabio, hey, du sollst hier mit uns Hausaufgaben machen. Ich hab aber Durst und ein bisschen Hunger eigentlich auch und… Hey, ich hab eine Idee. Wir können vielleicht später etwas vom Asia-Imbiss essen. Ich kenne da einen, der ist super. Oh ja, keine schlechte Idee. Mal sehen, vielleicht später. Aber jetzt arbeiten wir erst mal. Laura? Hallo? Hi, Anna. Huhu. Kannst du uns sehen? Hey, Simon. Ja, ich sehe euch. Super. Und? Wie ist es in Köln? Gefällt es dir? Naja, eigentlich ist die Stadt ganz schön. Aber ihr seid nicht da. Und München ist so weit weg? Du fehlst uns auch, Anna. Echt? Na klar. Was denkst du denn? Aber jetzt erzähl doch mal. Was hast du denn schon von Köln gesehen? Am Sonntag sind wir ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen. Wir haben den Dom angeschaut und sind auch am Rhein gewesen. Köln ist schon schön, aber ihr seid eben nicht da. Ja, und du bist nicht hier. Wie ist denn deine neue Schule? Hm, geht so. Die Schule ist ziemlich groß. Und die anderen Schüler in deiner Klasse? Sind sie nett? Ach ja, ich weiß nicht. Sie sind ganz okay. Aber ich habe ja noch nicht so viele kennengelernt. Nur Tim und Fabio. Und die sind nett, oder wie? Ja, doch. Die zwei sind ganz nett. Besonders Fabio. Aber er spricht manchmal ein bisschen komisch. Warum spricht Fabio komisch? Wie spricht er denn? Naja, hier in Köln sprechen die Leute irgendwie anders. Fabio hat mich zum Beispiel gestern gefragt. Magst du Kuche? Kuche? Was heißt das denn? Kuche heißt Kuchen. Das ist ja lustig. Ja, echt komisch. Wie sind denn eure Lehrer? Hm. Unsere Mathelehrerin ist sehr jung und oft total nervös und stressig. Und unser Englischlehrer ist sehr streng. Wir bekommen immer ganz viele Hausaufgaben. Ach du Arme. Und eure Wohnung? Habt ihr schon alles ausgepackt? Mein Zimmer ist okay. Aber unsere Küche ist noch nicht ganz fertig. Und unser Wohnzimmer ist auch noch ziemlich chaotisch. Eure Küche ist noch nicht fertig? Könnt ihr denn da schon kochen? Ach ja, das geht schon. Man muss nur ein bisschen suchen. Fleischerei Niedecken. Oh, hab ich einen Hunger. Grüß Gott. Äh, hallo. Guten Tag. Was da wird denn sein? Ich möchte bitte zwei Fleischpflanzer. Wie bitte? Was möchtest du? Na, die Fleischpflanzer da. Bei den Würstchen. Ach so. Du meinst die Frikadellen. In Köln heißt das Frikadelle. Möchtest du sie kalt oder warm? Warm bitte. Hier bitte. Das macht zwei Euro zwanzig. Danke und guten Appetit. Vielen Dank. Guten Tag. Ich möchte bitte ein Weißbrot. Gern. Darf es noch etwas sein? Ja, vier Sammeln bitte. Sammeln? Ah, du kommst aus Bayern, stimmt's? Ja, aus München. Da war ich letztes Jahr zum Oktoberfest. Das war toll. Also bei uns in Köln heißen die Semmeln Brötchen. Okay, dann möchte ich bitte vier Brötchen. Gern. Ein Weißbrot, vier Brötchen. Das macht zusammen 3,40 Euro. Danke und schönen Tag noch. Danke. Köln Radio 107 und hier ist wieder, wie jeden Freitag um 5, Titus Troll mit seinen Tipps für euer Wochenende. Hey, pssst. Seid doch mal leise. Jetzt kommen die Tipps fürs Wochenende. Am Samstag von 9 bis 14 Uhr ist wieder Altstadt Flohmarkt in der Fußgängerzone. U-Bahn Neumarkt. Ihr könnt mitmachen und selbst Sachen verkaufen. Bücher, CDs, Spiele, Fahrräder, Sporttaschen – alles, was ihr nicht mehr braucht. Informationen unter Telefon 955 64 54 44. Oder habt ihr Lust auf Sport? Samstag 14 bis 18 Uhr in der Sporthalle Köln-Kalk. Training in Einrad- und Fahrradtrial. Ihr könnt dort ein Probetraining machen. Gratis. Die Fahrräder bekommt ihr in der Sporthalle. Zwei Kinotipps hab ich noch für euch. Einmal Kinder aus Köln – ein Jugendfilm – am Samstag um 15.30 Uhr und um 17.45 Uhr im Cinedom. Oder am Sonntag um 17.30 Uhr im Odeon – Kommissar Knauf räumt auf – eine Krimikomödie mit Daniel Brenner und Yvonne Koch. Achtung! Lustig! Und was noch? Ah ja! Die Theatergruppe im Jugendclub von Dell spielt Nichts nada niente am Sonntag um 17 Uhr im Jugendclub an der Vondelstraße 10. Die Karten kosten 5 Euro. Kartentelefon 88 87 77 11. Außerdem nicht vergessen Straßenfest in der Wehnloher Straße – Samstag und Sonntag für jung und alt, groß und klein. Mit der Gruppe Pasta. Musik und eine Supershow – da müsst ihr hin! Und das Top-Event am Sonntag ab 13 Uhr im Jugendzentrum an der Zoobrücke, das Festival der Kölner Schülerbands. Hier könnt ihr richtig gute Rockmusik aus Köln hören und im Garten chillen. Das ist doch was, oder? Cool! Fahrradtrial! Das finde ich super! Ja, das macht sicher Spaß! Und was ist mit dem Theater im Jugendclub? Wisst ihr was? Wir machen einfach alles. Und auf den Flohmarkt und das Straßenfest gehen wir auch noch, okay? Boah, hier ist ja total viel los. So viele Leute. Das ist hier immer so. Wir Kölner feiern eben gern. Und? Was machen wir jetzt? Ah, hier ist ein Programm. Guck mal, Anna. 17.15 Uhr. Zumba mit Ben Becks. Wollen wir da mitmachen? Komm, wir gehen ein bisschen tanzen. Hast du Lust? Na gut, okay. Aber können wir vorher noch etwas essen? Ich habe Hunger. Du nicht, Luisa? Doch, ein bisschen schon. Und was essen wir? Bratwurst oder Hähnchen? Hähnchen schmeckt mir nicht. Dann lieber eine Bratwurst. Ja, okay. Möchtest du auch Pommes? Nein. Guten Tag. Zweimal Bratwurst bitte und eine Portion Pommes. Kommt sofort. Möchtet ihr auch Ketchup? Nein, danke. Ich auch nicht. Danke. Mh, die Pommes sind lecker. Willst du mal probieren? Gern? Ja, gern. Mh. Und? Gehen wir jetzt mal in das Zelt? Es ist fast 5 Uhr. Der Zumba-Kuss fängt gleich an. Ja, klar. Hey, Anna. Moment, warte mal. Siehst du den Jungen da? Den kenne ich. Das ist doch Philipp, mein Nachbar. Bist du sicher? Ja? Klar. Psst. Nichts sagen. Hi. Na, rate mal. Wer bin ich? Äh, keine Ahnung. Kenne ich dich? Oh, äh, Entschuldigung. Ich wollte, äh, ich habe, äh… Kein Problem. Ich bin Niklas. Und ihr? Gehen wir zum Straßenfest? Keine Lust. Ich will nicht zum Straßenfest gehen. Nun komm schon. Ich will aber nicht zum Straßenfest gehen. Okay. Dann frage ich eben, Tim. Ist das kalt. Was machen wir denn jetzt? Mh, keine Ahnung. Hast du Durst? Nein, ich habe keinen Durst. Dann gehen wir jetzt zum Zumba? Für mich keinen Zumba, bitte. Ich will nicht mehr tanzen. Ich bin ganz nass und es ist so kalt. Hm, da möchtest du auch nicht Autoscooter fahren, richtig? Richtig. Das möchte ich auch nicht. Das macht jetzt keinen Spaß, finde ich. Was möchtest du denn? Hm, wir können zu mir gehen. Ich kann dir Fotos aus München zeigen. Vom Oktoberfest. Magst du? Ja, das finde ich super. Und, Anna? Ja? Können wir bei dir einen Tee machen? Na klar. Also los. Schnell zur U-Bahn. Ihhh. Hier ist Anja Feldbusch von Radio Köln 2000 mit der Sendung Im Interview. Heute mit Fabio Schmidt. Hallo, Fabio. Hallo. Hier ist Anja Feldbusch von Radio Köln 2000 mit der Sendung Im Interview. Heute mit Fabio Schmidt. Hallo, Fabio. Hallo. Wie alt bist du, Fabio? 13. Fabio ist also 13 und liebt Fußball. Aber Fabio spielt nicht nur selbst mit seinen Freunden. Er trainiert auch eine Mannschaft. Und zwar? Den FC Regenbogen aus Köln-Kalk. Ich trainiere die U11, arbeite also mit Jungen unter elf Jahren. Sie sind alle neun oder zehn Jahre alt. Der FC Regenbogen ist eine Mannschaft mit einer Besonderheit, nicht? Woher kommen denn die Kinder? Sie leben alle in Köln, aber ihre Familien kommen aus verschiedenen Ländern. Eine ganz bunte Mischung. Achmeds Vater zum Beispiel ist Marokkaner und Davids Mutter kommt aus Spanien. Und die Eltern von Alex, das ist unser Kapitän, sind aus Russland. Dann gibt es also viele Sprachen in deiner Mannschaft. Ja, das ist toll. Und alle sprechen super Deutsch. Das ist beim Training überhaupt kein Problem. Und wie lange machst du das schon, die Mannschaft trainieren? Fast acht Monate. Und warum machst du es? Es macht mir einfach Spaß. Ich arbeite total gern mit den Jungen. Wir sind ein super Team. Einer hilft dem anderen. Das ist wirklich toll. Wie viele Kinder hast du in der Gruppe? Im Moment zwölf. Aber es sind nicht immer alle da. Wir spielen nicht nur Fußball zusammen. Wir organisieren auch Feste und Ausflüge. Wir gehen zusammen zum Karneval. So etwas. Und manchmal sprechen wir auch über Probleme. Musst du auch manchmal mit deinen Kickern schimpfen? Naja, manchmal schon. Wenn sie Quatsch machen. Oder wenn sie sich streiten. Ha! Dann bist du ja nicht nur Trainer für die Kids. Naja, oft bin ich auch wie ein großer Bruder für die Jungs. Und hast du nie Probleme in der Schule? Ich meine, du bist ja viele Stunden mit den Jungen zusammen. Probleme nicht. Aber ich bin auch kein sehr guter Schüler. Naja, ich muss keine super tollen Noten haben. Außer in Sport. Ich möchte mit den Kids Fußball spielen und ein paar Spiele mit ihnen gewinnen. Na dann, viel Erfolg und viel Spaß zusammen. Danke, dass du hier warst, Fabio. Mach's gut und viele Grüße an deine Mannschaft. Danke. Tschüss. Ja, hallo? Hi, Fabio. Anna, hi. Na, wie geht's? Ach ja, ganz gut. Ich habe gerade etwas über Liebesschlösser gelesen. Und dass es auf der Hohenzollernbrücke so viele gibt? Das stimmt. Ich will zu Fuß hingehen. Aber ich glaube, ich finde den Weg nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Irgendwo im Zentrum. Die Straße hier heißt... Warte mal. Hühnergasse. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Bis zur Hohenzollernbrücke ist es nicht weit. Aber wie muss ich denn jetzt gehen? Also pass auf. Du gehst die Hühnergasse bis zum Ende und an der Ecke nach links. An der nächsten Kreuzung gehst du dann nach rechts. Okay. Also zuerst nach links, dann nach rechts. Du bist dann in der Lindgasse. Dann gehst du einfach immer geradeaus bis zum Fischmarkt. Und dann nach links. In der Nähe ist eine Kirche. Fischmarkt. Kirche. Boah. Das ist aber kompliziert. Kompliziert? Ach, weißt du was? Du holst dir jetzt ein Eis, gehst die Hühnergasse bis zum Ende und wartest da auf mich. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Und dann gehen wir zusammen zur Hohenzollernbrücke. Wirklich? Hast du Zeit? Ja, ich bin gleich da. Okay, ich warte. Bis gleich. Ja, bis gleich. Sag mal, wollt ihr jetzt wirklich Hausaufgaben machen? Wir können doch noch kurz in den Park gehen. Oder ein bisschen am Computer spielen. Oder... Fabio, ihr habt gesagt, wir machen zusammen Hausaufgaben. Und ihr helft mir in Mathe. Ich bin echt schlecht in Mathe. Klar. Das haben wir versprochen. Stimmt's, Fabio? Also, was haben wir denn auf? Also, in Deutsch... Frau Homburg hat gesagt, wir sollen den Aufsatz vorbereiten. Was ist nochmal das Thema? Handyverbot in der Schule. Wir sollen Argumente dafür und dagegen finden. Aha. Und was haben wir sonst noch auf? Mathe. Wir sollen die Aufgaben 5 und 6 auf Seite 37 machen. Das sieht ziemlich schwierig aus. Hoffentlich versteht ihr das. Kein Problem für Tim, unser kleines Mathe-Genie. Er findet immer die richtige Lösung. Er hat nur super Noten in Mathe. Stimmt doch, Tim, oder? Hm, naja. Also, ich mag Mathe eben. Das war schon immer mein Lieblingsfach. Und was ist mit Englisch und Chemie? In Englisch sollen wir die Fehler korrigieren und das Diktat üben. Und in Chemie die Formeln lernen. Aber das machen wir nicht alles heute Nachmittag, oder? Deutsch und Mathe, das ist wahrscheinlich genug. Ja, finde ich auch. Gut, dann fangen wir mit Mathe an. Einverstanden, Tim? Okay, was hast du denn nicht verstanden, Anna? Hier, schau. Ich verstehe schon die Frage nicht. Kannst du mir das erklären? Hm, ja. Das ist eigentlich nicht schwer. Ihr könnt schon mal anfangen. Ich hole uns mal Saft und ein paar Chips. Ihr mögt doch Chips. Fabio, hey. Du sollst hier mit uns Hausaufgaben machen. Ich hab aber Durst. Und ein bisschen Hunger eigentlich auch. Und… Hey, ich hab eine Idee. Wir können vielleicht später etwas vom Asia-Imbiss essen. Ich kenne da einen, der ist super. Oh ja, keine schlechte Idee. Mal sehen. Vielleicht später. Aber jetzt arbeiten wir erst mal. Laura? Hallo? Hi, Anna. Huhu. Kannst du uns sehen? Hey, Simon. Ja, ich sehe euch. Super. Und? Wie ist es in Köln? Gefällt es dir? Naja, eigentlich ist die Stadt ganz schön. Aber… Ihr seid nicht da. Und München ist so weit weg? Du fehlst uns auch, Anna. Echt? Na klar. Was denkst du denn? Aber jetzt erzähl doch mal. Was hast du denn schon von Köln gesehen? Am Sonntag sind wir ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen. Wir haben den Dom angeschaut und sind auch am Rhein gewesen. Köln ist schon schön. Aber ihr seid eben nicht da. Ja. Und du bist nicht hier. Wie ist denn deine neue Schule? Hm, geht so. Die Schule ist ziemlich groß. Und die anderen Schüler in deiner Klasse? Sind sie nett? Ach ja, ich weiß nicht. Sie sind ganz okay. Aber ich habe ja noch nicht so viele kennengelernt. Nur Tim und Fabio. Und die sind nett, oder wie? Ja, doch. Die zwei sind ganz nett. Besonders Fabio. Aber er spricht manchmal ein bisschen komisch. Warum spricht Fabio komisch? Wie spricht er denn? Naja, hier in Köln sprechen die Leute irgendwie anders. Fabio hat mich zum Beispiel gestern gefragt. Magst du Kuche? Kuche? Was heißt das denn? Kuche heißt Kuchen. Das ist ja lustig. Ja, echt komisch. Wie sind denn eure Lehrer? Hm, unsere Mathelehrerin ist sehr jung und oft total nervös und stressig. Und unser Englischlehrer ist sehr streng. Wir bekommen immer ganz viele Hausaufgaben. Ach du Arme. Und eure Wohnung? Habt ihr schon alles ausgepackt? Mein Zimmer ist okay. Aber unsere Küche ist noch nicht ganz fertig. Und unser Wohnzimmer ist auch noch ziemlich chaotisch. Eure Küche ist noch nicht fertig? Könnt ihr denn da schon kochen? Ach ja, das geht schon. Man muss nur ein bisschen suchen. Fleischerei Niedecken. Oh, hab ich einen Hunger. Grüß Gott. Äh, hallo. Guten Tag. Ach, was da wird denn sein? Ich möchte bitte zwei Fleischpflanzer. Wie bitte? Was möchtest du? Na, die Fleischpflanzer da. Bei den Würstchen. Ach so. Du meinst die Frikadellen. In Köln heißt das Frikadellen. Möchtest du sie kalt oder warm? Warm bitte. Hier bitte. Das macht zwei Euro zwanzig. Danke und guten Appetit. Vielen Dank. Guten Tag. Ich möchte bitte ein Weißbrot. Gern. Darf es noch etwas sein? Ja, wir sammeln bitte. Sammeln? Ah, du kommst aus Bayern, stimmt's? Ja, aus München. Da war ich letztes Jahr, zum Oktoberfest. Das war toll. Also bei uns in Köln, Heimann. Dann heißen die Semmeln Brötchen. Okay, dann möchte ich bitte vier Brötchen. Gern. Ein Weißbrot, vier Brötchen. Das macht zusammen 3,40 Euro. Danke. Und schönen Tag noch. Danke. Köln, Radio 107. Und hier ist wieder, wie jeden Freitag um 5, Titus Troll mit seinen Tipps für euer Wochenende. Hey, pssst. Seid doch mal leise. Jetzt kommen die Tipps fürs Wochenende. Am Samstag von 9 bis 14 Uhr ist wieder Altstadt Flohmarkt in der Fußgängerzone. U-Bahn Neumarkt. Ihr könnt mitmachen und selbst Sachen verkaufen. Bücher, CDs, Spiele, Fahrräder, Sporttaschen. Alles, was ihr nicht mehr braucht. Informationen unter Telefon 955 64 54 44. Oder habt ihr Lust auf Sport? Samstag 14 bis 18 Uhr in der Sporthalle Köln-Kalk. Training in Einrad- und Fahrradtrial. Ihr könnt dort ein Probetraining machen. Gratis. Die Fahrräder bekommt ihr in der Sporthalle. Zwei Kinotipps hab ich noch für euch. Einmal Kinder aus Köln. Ein Jugendfilm. Am Samstag um 15.30 Uhr und um 17.45 Uhr im Cinedom. Oder am Sonntag um 17.30 Uhr im Odeon. Kommissar Knauf räumt auf. Eine Krimi-Komödie. Mit Daniel Brenner und Yvonne Koch. Achtung, lustig. Und was noch? Ah ja! Die Theatergruppe im Jugendclub von Dell spielt nichts, nada, niente. Am Sonntag um 17 Uhr im Jugendclub an der Vondelstraße 10. Die Karten kosten 5 Euro. Kartentelefon 88 87 77 11. Außerdem nicht vergessen Straßenfest in der Veenloher Straße. Samstag und Sonntag für jung und alt, groß und klein. Mit der Gruppe Pasta. Musik und eine Supershow. Da müsst ihr hin. Und das Top-Event am Sonntag ab 13 Uhr im Jugendzentrum an der Zoobrücke. Das Festival der Kölner Schülerbands. Hier könnt ihr richtig gute Rockmusik aus Köln hören und im Garten chillen. Das ist doch was, oder? Cool. Fahrradtrial. Das finde ich super. Ja, das macht sicher Spaß. Und was ist mit dem Theater am Jugendclub? Wisst ihr was? Wir machen einfach alles. Und auf den Flohmarkt und das Straßenfest gehen wir auch noch, okay? Boah, hier ist ja total viel los. So viele Leute. Das ist hier immer so. Wir Kölner feiern eben gern. Und? Was machen wir jetzt? Ah, hier ist ein Programm. Guck mal, Anna. 17.15 Uhr. Zumba mit Ben Becks. Wollen wir da mitmachen? Komm, wir gehen ein bisschen tanzen. Hast du Lust? Na gut. Okay. Aber können wir vorher noch etwas essen? Ich habe Hunger. Du nicht, Luisa? Doch. Ein bisschen schon. Und was essen wir? Bratwurst oder Hähnchen? Hähnchen schmeckt mir nicht. Dann lieber eine Bratwurst. Ja. Okay. Möchtest du auch Pommes? Nein. Guten Tag. Zweimal Bratwurst bitte und eine Portion Pommes. Komm sofort. Möchtet ihr auch Ketchup? Nein, danke. Ich auch nicht. Danke. Mh. Die Pommes sind lecker. Willst du mal probieren? Ja, gern. Mh. Und? Gehen wir jetzt mal in das Zelt? Es ist fast 5 Uhr. Der Zumba Kuss fängt gleich an. Ja, klar. Hey, Anna, Moment, warte mal. Siehst du den Jungen da? Den kenne ich. Das ist doch Philipp, mein Nachbar. Bist du sicher? Klar. Psst, nichts sagen. Hi, na rate mal, wer bin ich? Äh, keine Ahnung, kenne ich dich? Oh, äh, Entschuldigung, ich wollte, äh, ich habe, äh... Kein Problem, ich bin Niklas. Und ihr? Gehen wir zum Straßenfest? Keine Lust, ich will nicht zum Straßenfest gehen. Nun komm schon. Ich will aber nicht zum Straßenfest gehen. Okay, dann frage ich eben Tim. Ist das kalt. Was machen wir denn jetzt? Äh, keine Ahnung. Hast du Durst? Nein, ich habe keinen Durst. Dann gehen wir jetzt zum Zumba? Für mich keinen Zumba, bitte. Ich will nicht mehr tanzen. Ich bin ganz nass und es ist so kalt. Hm, da möchtest du auch nicht Autoscooter fahren, richtig? Richtig. Das möchte ich auch nicht. Das macht jetzt keinen Spaß, finde ich. Was möchtest du denn? Hm, wir können zu mir gehen. Ich kann dir Fotos aus München zeigen. Vom Oktoberfest. Magst du? Ja, das finde ich super. Und, Anna? Ja? Können wir bei dir einen Tee machen? Na klar. Also los. Schnell zur U-Bahn. Hier ist Anja Feldbusch von Radio Köln 2000 mit der Sendung Im Interview. Heute mit Fabio Schmidt. Hallo Fabio. Hallo. Hier ist Anja Feldbusch von Radio Köln 2000 mit der Sendung Im Interview. Heute mit Fabio Schmidt. Hallo Fabio. Hallo. Wie alt bist du, Fabio? 13. Fabio ist also 13 und liebt Fußball. Aber Fabio spielt nicht nur selbst mit seinen Freunden. Er trainiert auch eine Mannschaft. Und zwar den FC Regenbogen aus Köln-Kalk. Ich trainiere die U11, arbeite also mit Jungen unter elf Jahren. Sie sind alle neun oder zehn Jahre alt. Der FC Regenbogen ist eine Mannschaft mit einer Besonderheit, nicht? Woher kommen denn die Kinder? Sie leben alle in Köln, aber ihre Familien kommen aus verschiedenen Ländern. Eine ganz bunte Mischung. Achmeds Vater zum Beispiel ist Marokkaner und Davids Mutter kommt aus Spanien. Und die Eltern von Alex, das ist unser Kapitän, sind aus Russland. Dann gibt es also viele Sprachen in deiner Mannschaft. Ja, das ist toll. Und alle sprechen super Deutsch. Das ist beim Training überhaupt kein Problem. Und wie lange machst du das schon, die Mannschaft trainieren? Fast acht Monate. Und warum machst du es? Es macht mir einfach Spaß. Ich arbeite total gern mit den Jungen. Wir sind ein super Team. Einer hilft dem anderen. Das ist wirklich toll. Wie viele Kinder hast du in der Gruppe? Im Moment zwölf, aber es sind nicht immer alle da. Wir spielen nicht nur Fußball zusammen, wir organisieren auch Feste und Ausflüge. Gehen zusammen zum Karneval, so etwas. Und manchmal sprechen wir auch über Probleme. Musst du auch manchmal mit deinen Kickern schimpfen? Naja, manchmal schon, wenn sie Quatsch machen oder wenn sie sich streiten. Ha, dann bist du ja nicht nur Trainer für die Kids. Naja, oft bin ich auch wie ein großer Bruder für die Jungs. Und hast du nie Probleme in der Schule? Ich meine, du bist ja viele Stunden mit den Jungen zusammen. Probleme nicht, aber ich bin auch kein sehr guter Schüler. Naja, ich muss keine super tollen Noten haben. Außer in Sport. Ich möchte mit den Kids Fußball spielen und ein paar Spiele mit ihnen gewinnen. Na dann, viel Erfolg und viel Spaß zusammen. Danke, dass du hier warst, Fabio. Mach's gut und viele Grüße an deine Mannschaft. Danke, tschüss. Ja, hallo? Hi, Fabio. Anna, hi. Na, wie geht's? Ach ja, ganz gut. Ich habe gerade etwas über Liebesschlösser gelesen. Und dass es auf der Hohenzollernbrücke so viele gibt? Das stimmt. Ich will zu Fuß hingehen, aber ich glaube, ich finde den Weg nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Irgendwo im Zentrum. Die Straße hier heißt... Warte mal. Hühnergasse. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Bis zur Hohenzollernbrücke ist es nicht weit. Aber wie muss ich denn jetzt gehen? Also pass auf. Du gehst die Hühnergasse bis zum Ende und an der Ecke nach links. An der nächsten Kreuzung gehst du dann nach rechts. Okay. Also zuerst nach links, dann nach rechts. Du bist dann in der Lindgasse. Dann gehst du einfach immer geradeaus bis zum Fischmarkt. Und dann nach links. In der Nähe ist eine Kirche. Fischmarkt. Kirche. Boah. Das ist aber kompliziert. Kompliziert? Ach, weißt du was? Du holst dir jetzt ein Eis, gehst die Hühnergasse bis zum Ende und wartest da auf mich. Ich bin in zehn Minuten bei dir. Und dann gehen wir zusammen zur Hohenzollernbrücke. Wirklich? Hast du Zeit? Ja, ich bin gleich da. Okay, ich warte. Bis gleich. Ja, bis gleich. Sag mal, wollt ihr jetzt wirklich Hausaufgaben machen? Wir können doch noch kurz in den Park gehen. Oder ein bisschen am Computer spielen. Oder... Fabio, ihr habt gesagt, wir machen zusammen Hausaufgaben. Und ihr helft mir in Mathe. Ich bin echt schlecht in Mathe. Klar, das haben wir versprochen. Stimmt's, Fabio? Also, was haben wir denn auf? Also in Deutsch... Frau Homburg hat gesagt, wir sollen den Aufsatz vorbereiten. Was ist nochmal das Thema? Handyverbot in der Schule. Wir sollen Argumente dafür und dagegen finden. Aha, und was haben wir sonst noch auf? Mathe. Wir sollen die Aufgaben 5 und 6 auf Seite 37 machen. Das sieht ziemlich schwierig aus. Hoffentlich versteht ihr das. Kein Problem für Tim, unser kleines Mathe-Genie. Er findet immer die richtige Lösung. Er hat nur super Noten in Mathe. Stimmt doch, Tim, oder? Hm, naja, also... Ich mag Mathe eben. Das war schon immer mein Lieblingsfach. Und was ist mit Englisch und Chemie? In Englisch sollen wir die Fehler korrigieren und das Diktat üben und in Chemie die Formeln lernen. Aber das machen wir nicht alles heute Nachmittag, oder? Deutsch und Mathe. Das ist wahrscheinlich genug. Ja, finde ich auch. Gut, dann fangen wir mit Mathe an. Einverstanden, Tim? Okay, was hast du denn nicht verstanden, Anna? Hier, schau. Ich verstehe schon die Frage nicht. Kannst du mir das erklären? Hm, ja, das ist eigentlich nicht schwer. Ihr könnt schon mal anfangen. Ich hole uns mal Saft und ein paar Chips. Ihr mögt doch Chips. Fabio, hey! Hey, du sollst hier mit uns Hausaufgaben machen. Ich hab aber Durst. Und ein bisschen Hunger eigentlich auch, und... Hey, ich hab eine Idee. Wir können vielleicht später etwas vom Asia-Imbiss essen. Ich kenne da einen, der ist super. Oh ja, keine schlechte Idee. Mal sehen. Vielleicht später. Aber jetzt arbeiten wir erst mal.